Kulturwerke Deutschland – Spannende Auslandsaufenthalte Hallo und herzlich willkommen bei Kulturwerke Deutschland, Ihrem Spezialisten für spannende Auslandsaufenthalte. Mein Name ist Anneke und jetzt stelle ich Ihnen die fünf größten Unterschiede zwischen Deutschland und England vor. Alle, die gerne reisen, sind sich sicher, dass es wichtig und spannend ist, neue Kulturen zu entdecken und andere Sichtweisen auf das Leben zu bekommen. Auf Anhieb scheint es so, als gäbe es zwischen England und Deutschland nicht wahnsinnig viele Unterschiede. Aber ein paar kleine und feine Differenzen werden Sie auch zwischen den beiden Ländern finden. Erstens, überall sind Geisterfahrer unterwegs. Als Deutscher in England Autofahren ist erst einmal ganz schön schwierig. Auf der gesamten britischen Insel wird auf der linken Seite gefahren. Also, rechts sitzen und links schalten. Eine gewaltige Umstellung für den deutschen Autofahrer. Zweitens, Vorsicht, Video! In ganz England gibt es sehr viele Überwachungskameras, die die Straßen sicherer machen sollen. Also, bewahren Sie immer Haltung. Drittens, Währung wechsel dich. Die Briten lieben es, etwas Besonderes zu sein. So auch bei der Währung. Statt wie in Deutschland mit Euros zu bezahlen, müssen sie in England britische Pfund wechseln. Und nicht nur das, auch das Längenmaß ist anders. Keine Meter, sondern Miles. Passen Sie besser auf beim Roadtrip. Viertens, schnell mal zum Bäcker um die Ecke. Fehlanzeige. In England werden Sie vergeblich nach einer Bäckerei mit verschiedenen Sorten Brot suchen. Sie haben vielmehr die Auswahl zwischen weißem und braunem Toastbrot. Fünftens, lange schlafen garantiert. Während in Deutschland die meisten Clubs und Bars erst um 21 Uhr Ihre Pforten öffnen, schließen Sie in England zum Teil schon wieder. Sie müssen also keine Sorgen haben, dass Sie übermüde zu Ihrem Job oder in die Sprachschule kommen. Sind Sie neugierig geworden, was es sonst noch alles so für Unterschiede gibt? Bei unseren spannenden Work-and-Travel-Programmen, Auslandspraktika und zertifizierten Sprachreisen können Sie viele weitere spannende Unterschiede und Erlebnisse feststellen. Also starten Sie jetzt Ihren spannenden Auslandsaufenthalt mit Kulturwerke Deutschland. Bei Fragen zu unseren Programmen wenden Sie sich jederzeit gerne telefonisch oder per E-Mail an unseren kompetenten Kundenservice. Wir beraten Sie gerne kostenlos und freuen uns schon jetzt, Sie als unseren Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie dieses Video angeschaut haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie uns einen Daumen hoch. Bei Fragen und Anmerkungen schreiben Sie gerne ins Kommentarfeld. Und sichern Sie sich jetzt noch schnell unseren 100 Euro Neukundenrabatt für unsere YouTube-Reise-Community. Und abonnieren Sie unseren YouTube-Channel für weitere spannende Auslandsvideos. Auf Wiedersehen bei Kulturwerke Deutschland, Ihrem Spezialisten für spannende Auslandsaufenthalte. Mein Name ist Anneke und ich freue mich schon, Ihre Erlebnisse und Unterschiede der britischen Kultur zu hören. Kulturwerke Deutschland Spannende Auslandsaufenthalte, Work and Travel und mehr als 10.000 zufriedene Reisende. Reisen Sie mit uns. Kulturwerke Deutschland Körner 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 Körner